Wir sind in München an einem schönen Tag Ende September. Aber ohne Jacke oder Pullover ist es bei 17 Grad schon fast zu kalt. Zur gleichen Zeit in Meran, knapp 170 Kilometer Luftlinie weiter südlich. Es ist 23 Grad warm, gerade richtig für die Touristen aus dem Norden. Meran liegt auf der Südseite der Alpen. Die Alpen trennen Mitteleuropa von Südeuropa. Sie sind 1200 Kilometer lang. Von Norden nach Süden sind es 150 bis 300 Kilometer. Der höchste Gipfel ist der Mont Blanc. Er ist 4807 Meter hoch. Was ändert sich in den Alpen mit zunehmender Höhe? Über 10 Grad. Höhe Züfer Vielen Dank.